Moin Leute, willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal DVD Monster in Action! Ich bin der Dirk und ich habe euch dieses Mal Part 2 von unserem Transformers Unpackaging Video mitgebracht, was ich zusammen mit Thor gemacht habe. Part 1 könnt ihr schon auf jeden Fall bei uns schauen. Jetzt kommen wir zu Part 2. Wir packen einen weiteren Teil aus. Ich wünsche euch viel Spaß beim Gucken. Wir sehen uns auf jeden Fall. Euer Dirk. Aber Thor, ich bin ja auch viel unterwegs auf Plattformen, wo ich einkaufen gehe und so weiter. Und da habe ich letztens was gefunden. Da dachte ich, du als Freak von Transformers und so, das müssen wir mal auspacken, das müssen wir uns mal angucken. Und zwar habe ich bei einer großen weltweit operierenden Einkaufskette. Ikea. Ja, fast dicht dran. Quelle. Ach nee, das war mal. Fängt mit A an. Weiter will ich gerade mal nicht werben. Habe ich ein Produkt gefunden. Ein Transformers. 21,99. Sah in der Produktbeschreibung richtig cool aus. Produktbeschreibung, ich zeige euch das mal hier. So sah er aus. Preis-Leistung stimmt. Jetzt wollen wir uns das mal angucken. Angekommen ist das schon. Ich musste das Paket schon mal ein bisschen öffnen, weil ich kriege ja hier viele und regelmäßige Pakete, dass ich euch das richtige zeige. So ist das Ganze angekommen. Es war natürlich geschlossen, möchte ich dazu sagen. Ja, also es war geschlossen. Es kommt aus Japan oder sonst woher. Ich weiß es nicht so genau. Hier musste ich auch einmal reingucken. Schriftzeichen. Sehr schön. Und jetzt wollen wir uns das Ganze mal anschauen. Also 21,99. Ein Transformer. So. Also die Verpackung ist ja schon mal. Ich habe schon hässlicheres gegeben. Er würde es ja eine weiße schicken können. Muss ich gestehen. Also so. Neben dem Regal grundsätzlich würde sich das eigentlich ganz gut einpflegen. Ja, okay, stimmt. So kann man machen. Bis du ihn gefunden hast, vergeht bestimmt eine Weile. Genau. Und jetzt lassen wir mal reinschauen in die ganze Nummer. Ihr habt ja gesehen. Ich zeige es doch einmal kurz. So soll er aussehen. Angeblich soll es ein Optimus Prime sein. Aber er ist ja nicht beworben mit Optimus Prime, weil das dürften sie ja nicht. Sonst können sie nicht schlecht. Also das haben wir geliefert gekriegt. Ich geliefert gekriegt. Jetzt gucken wir es sich mal genauer an. Verpackt ist er auch ganz gut. Das ist ja jetzt nicht mehr UVP. Was soll ich denn jetzt machen? Jetzt kannst du ihn zum Ende des Jahres auch noch verlosen, wenn du möchtest. Verlosen? Original, DVD-Monster, Autogramm, um selbstverständlich in der Zukunft den Samperwert insgesamt zu steigern, möchte ich sagen. Ja, aber der ist ja nicht mehr UVP. Ja, aber das ist ja der Autogramm, wenn man den Arm macht. Ein paar Binder. Das ist er hier. Ich habe ihn gleich. Optimus Prime. Hat er einen offiziellen Namen. Deformation. Hiernach ist das YS-04. Ach, der? Ja, den kenne ich. Der war doch im Teil XY. Genau. Das war da, wo die einen gegen die anderen war. Weißt du? Der Roboter gegen die anderen Roboter. Genau. Der hat schon Gewicht. Also das ist jetzt kein, wie man das kennt. Wie man das jetzt erwartet hätte von manchen Plattformen. Bei Wish bestellt. Du darfst keinen Namen nennen. Oh, ich habe nicht Wish gesagt. Nein. Wish ist keine Plattform. Nein, ich habe mir nur gemeint, dass ich mir was wünsche. Ach so. Dann wünsch dir mal was. Ja, also ich muss gestehen, ich bin positiv. Überrascht. Überrascht. Wir machen hier mal ein bisschen Platz. Und der soll auch angeblich auch transformiert werden können. Also das ist nicht nur, ich stelle mir das mal in den Schrank oder so. Das hat schon echt Hartgewicht. Ja, cool. Schauen wir mal, wie schnell haben wir den denn zum Auto verwandelt? Das andere war leichter. Das war ja zurück verwandelt. Das ist aus China. Das fängt rückwärts an. Ach so, falsch rumlesen. Genau. So, eins, zwei, drehen. Habe ich. Dann den Brustpanzer. Ah, der hat ja schon hier zusammengekloppt. Ach so, die Arme. Die Anleitung ist Ikea. Raten Sie mal, was Sie jetzt machen sollen als nächstes. Gut. Wir versuchen es mal. Eins ist das Drehen. Zwei ist... Nein, eins ist das Abnehmen der... Der Waffe. Der Waffe. Ach so. Dann ist das wahrscheinlich noch gar nicht das Drehen. Das ist mein Fehler. Ich drehe das nochmal zurück. Habe ich. Waffe haben wir entnommen. Dann soll irgendwas am Rücken runtergeklappt werden. Dann soll irgendwas an den Beinen gedreht werden. So. So in Händen. Dann müssen wir seine Hände vorklappen. Vorne und dann so hoch. Ja. So. Korrekt. Dann sollen wir irgendwelche Klappen an den Schultern öffnen. Ah, bzw. diese Dinger hier vorschieben und dann die Teile aufmachen. Oder wie erkennst du das hier? Die kleinen rüberschieben und dann so hoch. So. Würde ich behaupten. Wir schauen mal weiter. Und dann die hier. Die hier zurückklappen können das sein. So. Ja. So ne. Und dann wieder. Ah. Dann hier wieder zu. Ah ok. Viele Sachen tun sich bei dem... Intuitiv. Intuitiv. Genau. Das ist intuitiv steuerbar dieses Spielzeug. Ja. Wir werden mal die Zeit stoppen an. Mhm. 11 und 12 Minuten. So. 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 Irgendwie. Könnte schon ungefähr hinfahren. Beziehungsweise das hast du aufgeklappt. Dann wird jetzt bald der Kopf nach hinten geklappt. Ich muss gerade mal gucken, wie man hier versinken kann. Ah. Die Brust muss glaube ich geöffnet werden. Das ist die Brust. Herz OP. Herz OP. Okay. Das ist teilweise. Guck mal. Das ist Metall hier. Das ist kein Plastik. Sondern teilweise sind das wirklich Metall. Wenn ich das richtig sehe. So wie die Brust kriege ich nicht so geöffnet. Die Brust muss aufgehen. Ah. Warte. Da muss ganz viel mehr aufgehen. Oh. 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 Ja. Wie ihr seht. Wir haben nicht geübt. Wir haben das nicht heimlich schon mal probiert. Okay. Wir machen das hier live zum ersten Mal. Wie man vielleicht unschwer erkennen kann. Achso. Okay. So. Puh. Das sieht jetzt schon aus. Fertig. Das ist Optimus Prime. Der auf einem größeren LKW aufgefahren ist. Genau. Gut. Wir machen das. Das war mal ein scheiß Unfall war das. So. Jetzt haben wir da irgendwie was auseinander gebastelt. Irgendwo hier sind wir. Also wir empfehlen. Macht das intuitiv und macht das nicht eine Anleitung. Jetzt soll der Kopf irgendwo unterbinden sein. Das würde dann irgendwann. Ja. Aber ich kriege das doch hier nicht. Ah. Jetzt kriege ich den Kram. Jetzt kriege ich die Brust auf. Alter. Das ist wirklich Metall hier. Das Führerhaus. Also für 21,99. 21,99. Jetzt sieht es so langsam aus wie John Carpenter zu sagen. Töte mich. Hat auch ein bisschen was von Krang. Wer weiß, wer das ist. Ja. Genau. Den Kopf und den Bauch zu tragen. Das ist. Irgendwie soll der jetzt hier. So. Ne, da hat man es auch verloren. Ne. Da. So. Und dann die Klappe hier runter. Ja. Die Klappe hier runter. Ja. Die Klappe hier runter. Also so. Keine Haube zu. Ach, der wird mal die Motorhaube jetzt. Ja, genau. So wird er so eine Motorhaube machen. Ja. Okay. Ist richtig. Blicke ich hier noch nicht durch. Also danach wird es einfacher. Keine Haube. Echt? Ich habe ja doch nicht über das richtig hingekriegt hier. Also wenn der jetzt hier runter soll, dass die Motorhaube werden soll. So. Dann muss das doch gesunken führen. Oh weißt du was? Der Kopf wird gar nicht die Motorhaube. Ja ne? Die Motorhaube wird der Kopf. Ja. Das Zugführerentlüftungsdach. Beziehungsweise Fenster. Das wird mal dein Kopf. Hier. 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 Das wird nachher nochmal komplett wieder nach oben gedreht. Das Ganze. Irgendwo habe ich hier einen Fehler komplett drin. Ich kriege die doch nicht mal mehr zurück. Das schaden wir schon. Ja. Ich bin da ganz zuversichtbar. Also im Prinzip, wir sind ja schon mal, wir gehen ja schon Richtung LKW hier auf jeden Fall. Das sind die Räder. Alles klar. Das ist logisch. Leider kann ich nicht immer weitermachen. Ich wurde gerade erschlossen. So. Dann muss doch auch das Ganze irgendwie gedreht werden. Ja. Guck mal, du kannst das Ganze hier. Dann. So drehen wir dann nicht den Kopf vom Arsch her. So. Dann haben wir hier vorne. Alles klar. Jetzt haben wir das. Jetzt kommt die Klappe hier drauf. Irgendwie so. So. Wer braucht schon Anleitung. Genau. Ich brauche alles ohne Anleitung zusammen. So sieht es bei mir zu Hause auch aus. So. So. Ah, da ist dann deine Entlüftungsklappe sozusagen. Siehst du? Also fände ich auch sehr cool, wenn wir jetzt gleich einen LKW mit Armen hätten. Ja. Das wird mir auch. So. Jetzt müssen die Arme da rein. Das Fenster nach da oben. Das kommt dann dazu. Ja gut. Kommt voran. Wir kommen das aber schon näher. Genau. Man muss ja aber auch dazu sagen, umso besser die Dinger aussehen, umso komplizierter sind die auch zu basteln. Ja. Aber das ist ja auch verständlich. Du kannst da, wenn du wirklich was haben willst, was anständig aussehen will. Also es ist jetzt nicht dringend Kinderspielerzeug, würde ich mal so empfehlen. Das ist wirklich eher was für Liebhaber. Ja. Da muss ich den Ding jetzt. Es sieht aus, als du gleich die Schulter ausgibst. Ne, es hat noch eine. Der hat auch zwei. Zu schlecht. Wie soll das jetzt? Na, Auto. Passt aus. Warum die Arme nicht? Warum will die Arme nicht so die, wie ich liebe? Da krieg ich das Ding ja nicht. Das Ding ja nicht so. Nicht so, weißt du? Da ist ein Fehler drin, da ist ein Fehler drin. Lass das, das macht das nicht besser. Ja hier ist ein Fehler drin. Weil der Spiegel sieht ja doof als wenn der Spiegel hier oben ist. Spiegelfenster, hier hinten ist der Nipsi, hier ist das und hier ist das. Im Prinzip ist das richtig. Aber wenn das bei der Seite funktioniert, warum funktioniert das bei der anderen Seite? Nämlich genauso. Ah, jetzt habe ich einen Fehler gefunden. Du musstest doch noch einmal das Gelenk, das ich ihm ausgekugelt habe, musste ich noch einmal zurückkugeln. Ich gehe ihn jetzt zu. So, wir haben jetzt einen Unfallwagen. Das ist schon mal nicht schlecht. Jetzt müssen die Räder nach unten. Genau, irgendwelche Füße eingekleppt werden. Füße, Füße eingekleppt. Genau. Irgendwie gerade gemacht. Das hast du jetzt einmal gemacht. Mit dem auch. Und dann, das hast du auch gemacht. Dann können die hier nochmal gedreht werden. Ja. So? Ja. Ja. Achso. Die hast du auch. Genau. Und dann soll das Ganze... Kannst du die jetzt nochmal um 180 Grad hochstellen. Ja. Ja. Geht das auch bis rein? Dass sie da drinnen verschwinden. Also das würde ich jetzt sozusagen für den nächsten Schritt. Spätestens als es knackt, ist etwas falsch gewesen. Ah. Ah, da gibt es noch mehr zum Transformieren. Ui 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 ui. So? Passt. Passt. Aber das sieht doch schon sehr gut aus, möchte ich behaupten. So witzig. Wir machen uns hier voll zum Haus mit einem 21, 99 Transformer. Ah. Ich bitte eine Challenge an. Der, der ihn zu Hause auspackt. Ohne ihn einmal transformiert zu haben. Und in unter drei Minuten. Unter drei. Zum Unfall LKW und wieder zurück verwandelt. Ja, was kriegt der? Zwei Dosen Monster Kaffee. Hier. Zwei Dosen. Ich hau zwei Dosen Monster Kaffee raus. Also nicht diese, sondern die anderen. Mit dem neuen Design. Mit dem neuen Design, genau. Wer sich für die Challenge anmelden möchte, einfach in die Kommentare schreiben. Ich bin da. Und vielleicht auch noch immer am Transformer basteln. Das stimmt doch irgendwas hier partout gar nicht. Warte mal wieder. Ja, ist doch mal wieder. Können wir das einfach bei vorne lassen, wenn gut ist? Ja, muss ich sagen. Live anpacken. Nie wieder live anpacken. Live Transformation. Ich hab da noch irgendwo ein Hammer liegen, das geht. So dummer. So. Diese Füße waren mal. Ursprünglich so. Dann sollten die so ausgeklappt werden. Dann soll hier vorne irgendwas hochgeklappt werden. Irgendwas ist so gut. Das sind die, die sind hochgeklappt. Dann sollen diese Füße irgendwie so auf die Seite getreten. So. Dann haben wir diese schon direkt hochgeklappt. So wie sie da sind. Jetzt sollen diese Füße auf irgendeinem Weg rein geklappt werden. So wie wir das auch getan haben. Diese Klappe. Da. So. 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 Diese Sachen müssen auf jeden Fall nach oben, habe ich gerade noch festgestellt. Das brauchst du ja auch. Ja. Und ditte muss ja nachher... Genau, da soll nachher die Waffe rein. Genau, und ditte muss ja nachher... Aber jetzt hast du das schon wieder zu weit weggeklappt. Das soll ja später da endet das Ganze. Die Reifen gehören doch nach außen und nicht nach innen. Das heißt, die gehören ja definitiv so rum. Guckst du? Und nicht nach innen. So. Und das muss aber, komischerweise, hier drauf liegen nachher. Wie kriegt man das denn? Das heißt, das müsste ja komplett darüber liegen. Genau, aber wie kommt denn das denn? Wie kommt denn das da rüber? Sobald das da drin ist, braucht man es nur noch rausklappen. Komisch, dieses Stück ist auch abgeschnitten irgendwie. Als ob die selber gemerkt haben, das geht nicht. Also wer es schafft... Und hier fehlt doch irgendwie... Oh nee, das ist der Kram. Ja, also wir haben im Endeffekt auf der Abbildung ist es so... So. Wenn wir ihn jetzt mal hinstellen. Diese beiden Dinger hoch. Das haben wir. Hier im Endeffekt die Beine längs. Das hatten wir das gerade auch. Und dann halt diese Füße. Wie werden die da? Ja. Das ist auch laut der Anzeige hier oben. Ach ja. Und dazwischen ist der Nipsy. Das heißt... So, wenn das oben ist, ist es ziemlich tricky. Das stimmt draus nicht. Seltsam, seltsam. Screw you, screw you. Liebe Kinder, macht das nicht zu Hause nach. Das ist echt gefährlich. Spart euch die Nerven. Lauft nicht amok. Solltet ihr euch diesen Transformer kaufen, lasst ihn einfach als Roboter. Er sieht als Roboter sowieso cool aus. Tatsächlich haben wir es noch geschafft diesen Roboter unter 30 Minuten zusammen zu bauen. Oh, hier immer noch irgendwas nicht stimmt. Guck mal, die sollen eigentlich nach oben. Aber wie soll ich die nach oben kriegen? Das verstehe ich mich so ganz. Dann müsste ich das ja komplett drehen. Und dann ist das andere wieder unten. Und wenn ich das drehe, sieht jeder wieder aus. Was ist denn das mal am Ende, was eigentlich oben sein soll? Ja. Gut. Okay. Ähm. Ja, das ist ja merkwürdig, ne? Wie gesagt, die gehören eigentlich laut dem hier nach oben, wenn ich das richtig sehe. Ja. Ja, aber das sind doch diese. Oder sind das andere? Und anders kriegst du die ja gar nicht hoch. Ja. Ne, das sollen die sein. Okay. Verdammt, wie lange. Wo sollen die denn hin? Ja. Dann können wir die auch nochmal irgendwie wieder nach innen drehen, dass sie dann halt sozusagen hier drinnen verschwinden. Ja. Ja. Dann kannst du ihn ja nicht mehr zusammenklappen, wenn ich mir nicht täusche. Vielleicht. Ne, die kannst du mal hoch und runterklappen. Ja, und dann verriegelt er, glaube ich, fürs Bein, wenn du den runterklappst. So, dann wenn wir den da reinklappen, so wie es sich gehört, kriegst du den nicht mehr zurück. Nein, das kannst du den hier wieder hoch machen. Ja. Ist das denn da reingeklappte? Was ist das denn zum Racken? Oder bin ich geklappt? Ah, so meinst du. Ah, und die Dinger. Och Gott. Und die Tanks dann hier zur Seite, ja? Siehste mal. Alter, Alter. Das hätte ich für 21,99 auch nicht erwartet. Ne, dass man da sogar die Tanks dann noch. Also das ist, da wird es jetzt langsam echt skurril. Ja, da sind wir wieder beim Thema. Aber Detailgetreu. Wollte ich gerade sagen. Da sind wir beim Thema. So kompliziert das Ding auch ist, das ist mega detailgetreu. Mit den Tanks und den Spielereien hier. Und das ist schon echt. Da war immer ein bisschen. Ein bisschen rohe Gewalt. Da soll man ein bisschen schick machen, den Unfallwagen. Genau. Genau. So. Irgendwie so. Als ich jung war, gab es da für West Coast Customs. Ich weiß nicht. MTV. Gibt es überhaupt noch MTV? Hallo MTV. Können Sie sich mal melden? Falls es sie noch gibt. Genau. Irgendwie so ist jetzt der Endstand. Gut. Okay. Unser Unfallwagen. Nach die Zeitblende das Monster dann bestimmt nachträglich oben einmal ein. Ja, genau. Da ist er. Tada. Also er sieht jetzt ein bisschen mitgenommen aus. Wir haben ihn auch echt massakriert. Aber mal ganz ehrlich. Wenn ihr euch da ein bisschen mehr Zeit nehmt und ein bisschen weniger Rumpf riemelt, so wie wir. Für 21,99 Euro so detailgetreues Ding sich in den Schrank zu stellen, hat schon was. Würde ich persönlich sagen. Ich muss nur darüber lachen, wie wir ihn hier stehen haben. Als Roboter sieht er besser aus. Auf jeden Fall. Einmal Video nicht abspielen, nur den Roboter angucken. Genau. Wunderbar. Einfach hinstellen. Fertig. Geh ja weg. Dann passt das. Sehr schön. Gut. Dann würde ich sagen, sind wir soweit. Wir danken für eure Geduld. Es hat Spaß gemacht. Genau. Und ja, wir sehen uns sicherlich beim nächsten Transformer. Spaß. Unpackaging. Auf jeden Fall machen Foto und ich demnächst wieder bestimmt ein Unpackaging. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wenn euch das Video gefallen hat, liked uns bitte, folgt uns bitte, folgt uns auch auf unserem Instagram Kanal. DVD Monster. Da werden wir euch regelmäßig weiterhin spannende Filme, tolle Ideen und weiter präsentieren. Alles weitere präsentieren. Und unsere T-Shirts kriegt ihr natürlich auch weiterhin über den Kanal zu sehen. Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag, schönen Abend, was auch immer ihr gerade macht. Trinkt noch ein Bierchen. Wir sehen uns auf jeden Fall. Euer Dirk. Bis bald. Du Dirk, weißt du was mir gerade auffällt? Ja. Das ist alles richtig. Der heißt Deformation. Ja, deformiert ist er auch. Wir haben ihn komplett richtig zusammengebaut. Ja. 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 Ja.